In diesem Video geht es um die Frage, warum sollte ich ein Cooldown nach meinem Training absolvieren? Da muss man sich zuerst die Frage stellen, was ist ein Cooldown? Cooldown ist erstmal ein englischer Begriff. Das lässt sich übersetzen mit Abwärmen. Das bedeutet im Prinzip, dass es das Gegenstück zum Aufwärmen ist, das ja dazu dient, Verletzungen vor dem Training, also durch das Training vorzubeugen. Und beim Abwärmen, da gibt es eben ganz andere Vorteile, die man beachten muss. Das Cooldown wird nämlich sehr oft vernachlässigt im Sportunterricht. Kommt es sehr oft nicht zum Tragen, weil es eben nicht für wichtig genug geachtet wird. Cooldowns kennt man sicherlich schon, wenn man im Fußballverein zum Beispiel ist. Also nach dem Spiel läuft man ja zum Beispiel locker aus. Da bringe ich aber gleich noch ein paar Beispiele an. Zunächst sollte man Cooldown durchführen. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen endlich. Vorteile sind zum einen, dass Stoffwechselprodukte, die durch die körperliche Belastung entstanden sind, schneller abgebaut werden. Das heißt, durch körperliche Belastung, durch lange körperliche Belastung, entsteht zum Beispiel Laktat, das unsere Muskeln ermüden lässt und zum Beispiel unsere Beine schwer werden lässt oder schwer wirken lässt. Und durch einen Cooldown wird Laktat eben schneller abgebaut. Durch Cooldowns wird dann auch die Regenerationsfähigkeit verbessert, dadurch, dass wir uns eben schneller daran gewöhnen, uns zu regenerieren, also zu entspannen auch. Die mentale Entspannung wird auch gefördert durch den Cooldown. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man den Körper eben von einer relativ intensiven Belastung nicht abrupt, also sofort in Ruhezustand versetzen lässt, sondern dass man das Herz-Kreislauf-System ein bisschen unterstützt und das Herz-Kreislauf-System auch langsam herunterkommen lässt von der sportlichen Belastung. Dass man also so einen allmählichen Entspannungszustand erreicht und nicht sofort abbricht. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System wird eben auch gefördert. Und so, das wären so die großen Vorteile eines Cooldowns. Muskelkater kann natürlich auch noch ein bisschen reduziert werden und die Schmerzen, die dadurch entstehen. Jetzt kommen wir zu den Merkmalen eines Cooldowns. Ein Cooldown sollte zwei Phasen enthalten. In der ersten Phase, da kommt man so langsam von der sportlichen Belastung runter. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fußballspiel hatte, mich eben schon als Beispiel angebahrt habe, dann kann man nachher zum Beispiel erstmal auslaufen gehen, um das Herz-Kreislauf-System von der intensiven Belastung langsam in eine Entspannung hineinzuführen. Wenn man zum Beispiel eine Spinning-Einheit hat, dann kann man auch ausradeln. Das kann man dann zum Beispiel machen. Das wären so Sachen, die eine erste Phase eines Cooldowns beinhalten könnte. In der zweiten Phase, da werden dann spezielle Programme durchgeführt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen gibt es das Stretching, also das statische Dehnen. Das ist vor allem gut, um Muskelspannungen, die durch die sportliche Belastung aufgetreten sind, zu verringern und auch zu verhindern. Da ist das Problem, dass man beachten muss, wenn man jetzt zum Beispiel ein intensives Krafttraining durchgeführt hat, mit schweren Gewichten zum Beispiel, dann sollte man kein Stretching durchführen, da ja durch das Krafttraining Mikrotraumata an den Muskeln entstanden sind. Und durch das Stretching würde ich diese Muskeltraumata durch die zerstörten Z-Scheiben in den Muskeln eben noch weiter vergrößern, also dass die Schmerzen größer werden würden oder ich mich vielleicht sogar verletze durch das Stretching. Das sollte nicht passieren. Ansonsten eignet sich das Stretching gut, um Verspannungen zu lösen nach der sportlichen Belastung. Dann kann ich noch mit Wärme arbeiten, das heißt, ich kann in die Wärme, ich kann eine warme Dusche nehmen, zum Beispiel, oder in die Sauna gehen. Die Wärme, die dem Körper zugeführt wird, die fördert die Durchblutung und damit einhergehend auch die Regenerationsfähigkeit. Und dann kann ich noch umgekehrt mit Kält arbeiten, das heißt, ich kann in eine Eistonne gehen oder kalt duschen. Das fördert den Körper insofern und die Regeneration, dass Entzündungen verringert werden nach einer sportlichen Belastung oder die in der Belastung aufgetreten sind. Das heißt, Entzündung wird vorgebeugt dadurch. Dann könnte man theoretisch auch noch mit Faszienrollen arbeiten, also mit so Massagerollen, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr vielleicht schon mal beim Physiotherapeuten wart oder dergleichen. Damit könnte man auch arbeiten, um Verspannungen zu lösen und sich eben zu lockern. Das ist nämlich auch ein großer Vorteil des Cooldowns, sich in den Körper ein bisschen lockerer zu machen und eben Verspannungen zu lösen im Allgemeinen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, das Cooldown hat viele Vorteile, sollte nicht vernachlässigt werden und nach einer sportlichen Belastung auch richtig und sachgemäß durchgeführt werden. Das wäre es zum Thema Cooldown. Wenn es Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare.